Was mich halt interessieren würde ist, aber ich denke wir gehen mal auf eine kleine Reise. Dann machen wir halt ein bisschen was spannenderes. Ich will ja eigentlich, also was ist der Plan von diesem ganzen Blödsinn? Warum will ich jetzt auf eine kleine Reise gehen? Okay. Der Grund, warum ich jetzt auf eine kleine Reise gehen möchte, ist einfach der, dass ich jetzt halt eigentlich ganz gerne, also wie gesagt, das mit dem Mies, das wäre super. Wenn ich hier aber, wenn ich hier aber so ein Projekt habe, machen wir mal Fernsicht an. So. Wenn ich jetzt hier aber so ein Projekt habe, dann würde ich halt eigentlich ganz gerne, ähm, wie sage ich denn das? Dann würde ich halt eigentlich ganz gerne auf richtige Baumaterialien zurückgreifen. Deswegen würde ich jetzt eigentlich ganz gerne eine kleine Höhlenabenteuer-Tour machen. Ähm, und bevor wir das machen, ernten wir hier ein bisschen Getreide vielleicht. Ist das schon goldgelb? Okay. Warum ist da das Zeug nicht gewachsen? Okay. Also ich würde halt ganz gerne ein bisschen Lebensmittel mitnehmen. Habe ich jetzt Fleisch? Nee. Okay. Es ist auf jeden Fall Nacht, das heißt, ich sollte wieder reingehen. So, dann würde ich hier ganz gerne mal gucken. Okay. Fleischhammer, aber wir haben kein Getreide mehr. Haben hier draußen noch Getreide. Hey, wenig. Okay. Ähm. Ich finde es schade, dass beim Deinstallieren von diesen Mobs wahrscheinlich habe ich das Zeug halt drüben. Okay. Komm, wir gehen einfach so auf eine Reise und wenn es nicht klappt, dann, dann craften wir halt noch ein bisschen. Ähm. Dazu gehen wir jetzt aber erstmal ins Bettchen. Guten Morgen. Und würden dann mal gehen wir denn hin? Da hinten ist Wüste. Ich will eigentlich Höhlen haben. Ich will nämlich eigentlich jetzt möglichst tief unter die Erde gehen. Da hinten waren wir schon. Da waren wir schon. Hm. Da drüben waren wir schon, aber da waren wir, glaube ich, noch nicht. Aber da gibt es jeweils immer Wasser. Es ist egal. Oh, unser Fischerdorf. Da könnte man eigentlich auch mal wieder hin. Aber jetzt ist es gerade so ein bisschen egal. Da wollte ich auch noch einen Hang hin machen oder sowas. Hier hätte ich auch noch Sand bis zum Abwinken. Da kann ich noch Glas machen. So, wir düsen jetzt einfach mal in diese Richtung und schauen mal, ob wir in irgendwelche Höhlen kommen. Und wenn wir in irgendwelche... Also wir sind gerade super unvorbereitet. Ähm. Wenn wir in irgendwelche Höhlen kommen, dann wäre das ja ganz fein und geckig. Oh, da ist schon mal was. Okay. Da haben wir auch was. Da haben wir vor allem Shutter schon wieder. Aber nur ein bisschen. Lohnt sich fast gar nicht. Zumal ich... Wapp. Eh der Meinung bin gerade. Äh. Und äh. Den Shutter brauchen wir gar nicht. So, da drüben gibt es aber Wasser. Was ist denn das da vorne? Hier gibt es Wasser. Aber eine Höhle gibt es hier nicht, ne? Okay, war das diese Unterwasserhöhle? War ich da nicht schon mal? Es sieht fast danach aus, aber es sieht auch nicht danach aus. So, auf jeden Fall holen wir uns jetzt ein bisschen Kohle. Es sieht eher nicht danach aus. Okay. Das war jetzt fast nicht ganz so clever. Okay, dann würde ich da vielleicht mal eine Lampe hinbauen. Wo baue ich die denn hin? Vielleicht da. Oh. So. Da haben wir auf jeden Fall... Ah. Vier. Machen wir hier vielleicht auch nochmal eine Lampe hin. Und da drüben vielleicht auch. Und hier oben. Oh, da ist Erz. Und hier. Und vielleicht da. Und da. Okay. Aber bevor wir jetzt das machen... Okay, hier sollten überall Miesmonster sein, die alle gar nicht da sind. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eieieieiei. Das sieht alles so verlockend aus hier. Okay, dann würde ich erst mal dich wegmachen. Und dich. Und dich. Und dich. Dann kommst du weg. Und du weg. Und du weg. Und du weg. So. Und dann sind wir jetzt mal hier. Und irgendwie befürchte ich, dass wir gerade keinerlei Bedrohung haben. Da ist wieder eine Sackgasse. Oh. Und da geht's weiter. Oh. Okay. Und dann ist aber hier eine Sackgasse. Gut, aber ich meine, das ist ja zumindest schon mal ein Anfang, an dem wir weitermachen können. Äh, ich mache allerdings jetzt mal kurz eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in wenigen Minuten wieder. Bis dahin. Und man sieht sich. Und man sieht sich. Und man sieht sich. So, hallo, da sind wir wieder. Und, äh, ja, leider, ähm, kommt jetzt wieder irgendwas dazwischen. Und deswegen werde ich gar nicht so viel länger, ähm, die Aufnahmesitzung machen. Aber was ich vorher noch machen möchte, zumindest so grob eine halbe Stunde ist, ähm, ich möchte erst mal das Zeug hier rausnehmen. Und dann, dass hier vorhanden ist, Kohle, 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 Kohle. So, und dann müsste ich mal gucken, wo komme ich denn her? Ich komme von da oben. So. Das heißt, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, hier zu sagen, wir hauen uns da mal einen Aufstieg rein. Und einfach, weil ich Freund dessen bin. So, jetzt sind wir hier auf dem Niveau. Können wir hier das mal so machen. So, da haben wir wieder Eisenerz wahrscheinlich. Da haben wir noch mehr. Okay, vier. Ähm, da. Super. Können wir dich noch mitnehmen. Dich noch mitnehmen. Okay, da haben wir noch Kohle. Spitzhacke. So, und was ich jetzt ganz gerne machen würde... Dann schauen wir mal da unten. Okay, da ist nichts mehr. Da auch nicht. Gut, was ich jetzt auf jeden Fall schon mal machen würde, wäre... Ähm, vielleicht machen wir das sogar so. So. So, so. 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 So, so, so. Und was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, ist einfach, weil ich es habe. Ähm, den da, 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 den da. So, so. So, drei. Das soll es erst mal gewesen sein. Dann würde ich den da ganz gerne dahin packen. Einfach, weil ich das mag, wenn ich dann hier mit Treppen nach oben komme. Okay, da kann ich nachher den Schraubendreher ausprobieren. Wunderbar. Und dann würde ich hier sagen, fluff, fluff. Zack. Und dann sind wir hier oben. Schön. So. Und dann würde ich nochmal ins Inventar gehen. Dann würde ich nochmal den Schraubendreher vielleicht auf die Erde hauen. So, dann sind wir hier bei sechs. Und dann... Wunderbar. Wunderbar. So, dann kann man hier auf jeden Fall Treppen und kommen da relativ easy wieder hoch. Wunderbar. Von da hinten kommen wir, ja. Theoretisch können wir ja da jetzt den Kies wegnehmen. Theoretisch können wir da jetzt den Kies wegnehmen. Und das sollten wir vielleicht auch tun, damit sich uns neue... Das klang wie Flatulenz. So, wir hauen dich mal da hin. Genau. So, wir hauen hier mal den... Ich habe keine Ahnung, warum da vorher so ein kleiner war. Die Flatulenzsteine. Okay. Dann würde ich mal wirklich die Dinger alle einsammeln. Wie gesagt, also, ähm... Ich habe gar nicht mehr wirklich viel Zeit. Ich würde halt so ungefähr bis halb machen. Also... Ich brauche eine neue Schaufel. Das heißt, du, 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 du... Ihr könnt alle mal weg. Kannst du da oben hin. Kannst du da hin und da hin. Ja, du kannst weg, genau. Genau, so. Ähm... Auf jeden Fall sammeln wir dann die ganzen... Okay, da sind wieder Steine. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich sagen... Wir holen diesen ganzen Block raus. Diesen ganzen Block Schatter. Vielleicht sollten wir hier dann sogar eine Kiste hinbauen. Habe ich überhaupt eine Kiste? Also, ich habe Sticks, aber kann ich mit Sticks eine Kiste machen? Ich dachte, ich kann nur mit Holz... Ah, nur mit Planken, glaube ich, sogar eine Kiste machen. Okay, das sieht für mich jetzt... Oh, da oben ist wieder Kohle. Das sieht für mich jetzt aber nicht groß danach aus, als ob wir hier jetzt irgendwie besonders tief wieder in irgendwelche neuen Höhlen kämen, sondern wir holen einfach eben das Gezuppel raus, das eh da ist. Genau so.